Hallo Sigi! So, dann gehen wir heute den Klettersteig an. Okay Sigi, tu dich mal ausruhen, schön entspannen, mir das ganz ruhig an die Geschichte. Schau Sigi, jetzt ist schon mal ganz wichtig, dass wir mal einen Klettergurt brauchen, so ein Klettersteig set. Da kannst du gleich mal probieren mit den Karawinen. Ganz wichtig ist natürlich den Helm. Sonnenschutz nicht vergessen, und dann haben wir einen guten Klettersteigschuh. Dann natürlich, dass wir was zum Trinken haben und eine kleine Stärkung. Aber das Wichtigste davon ist halt, dass man mal einen Parkführer nimmt, wenn man noch nicht so viel Klettersteig gegangen ist, der einem gut das zeigen kann. Den gehen wir einen Klettersteig an, oder? Krass!